Du kennst sicherlich die Taylor-Entwicklung, mit der wir eine Funktion f an einem Punkt durch eine einfachere Taylor-Reihe annähern können. Je mehr Terme wir in der Taylor-Reihe nehmen, desto besser wird die Näherung in der Umgebung des gewählten Entwicklungspunkts. Wie du siehst, ist die Taylor-Reihe, repräsentiert durch diese graue Funktion, eine gute Näherung der Funktion f in der unmittelbaren Umgebung des Entwicklungspunkts. Entfernen wir uns jedoch weiter weg von dem Punkt, dann sehen wir, dass die Taylor-Reihe dort keine gute Näherung ist. Die Taylor-Entwicklung ist also eine Methode, mit der wir eine Funktion nur lokal annähern können. Wenn es uns aber wichtig ist, eine Funktion auf einem ganzen Intervall anzunähern, dann brauchen wir eine Fourier-Reihe der Funktion. Wie wir sehen werden, ist die Fourier-Reihe eine Linearkombination von simplen periodischen Basisfunktionen wie Cosinus und Sinus oder komplexen Exponentialfunktionen, die in der Summe die Funktion f in einem Intervall annähern können. Im Folgenden gehen wir von einem Intervall der Länge l aus. Wir können einen Vektor v, der in einem n-dimensionalen Vektorraum lebt, als eine Linearkombination von Basisvektoren ek darstellen, die den Vektorraum aufspannen. Das solltest du aus der linearen Algebra kennen. Das ist übrigens eine moderne, viel bessere Schreibweise für das alte Summenzeichen Sigma. Mithilfe einer Basis können wir jeden möglichen Vektor in diesem Vektorraum darstellen. Hierbei sind v, k die Komponenten des Vektors in der gewählten Basis. Die Komponenten sind nicht eindeutig. Durch die Wahl einer anderen Basis hat der Vektor andere Komponenten. Wir können dieses Konzept der Linearkombination auch auf unendlich dimensionale Vektoren anwenden. Eine Funktion f lässt sich als so ein unendlich dimensionaler Vektor interpretieren, den wir dann als Linearkombination darstellen können. Die Funktionswerte f , f , f usw. bis f , stellen wir uns als Komponenten von f vor. Hier haben wir ein bisschen geschummelt, weil das Argument x reell ist und es theoretisch unendlich viele Werte beispielsweise zwischen x0 und x1 gibt. Trotzdem ist es ein guter Weg, sich eine Funktion als einen Vektor mit unendlich vielen Komponenten vorzustellen. Bei einer Linearkombination für eine Funktion werden die Basisvektoren als Basisfunktionen bezeichnet. In der Optik werden die Basisfunktionen auch gern als Fourier-Moden genannt. Die Komponenten v , k eines endlichen Vektors werden zu Fourier-Koeffizienten f , k tilde, wenn wir eine Funktion und nicht einen endlichen Vektor als Linearkombination darstellen. Stellen wir eine Funktion als eine derartige Linearkombination von Basisfunktionen dar, dann bezeichnen wir diese Summe als Fourier-Reihe von f. Die Fourier-Koeffizienten kannst du analog bestimmen, wie du in der linearen Algebra die Vektorkomponenten bestimmst. Wie geht das nochmal in der linearen Algebra? Um die Kartenkomponente eines endlich-dimensionalen Vektors v zu bekommen, müssen wir das Skalarprodukt zwischen dem Kartenbasisvektor und dem Vektor v bilden. Das Skalarprodukt zweier endlich-dimensionale Vektoren ist die erste Komponente des Kartenbasisvektors, multipliziert mit der ersten Komponente von v, plus das Produkt der zweiten Komponenten, plus das Produkt der dritten Komponenten und so weiter. Diese Summe können wir mit einem Summenzeichen etwas kompakter notieren. Dabei summieren wir über den Index j. Wenn wir nicht mit endlich-dimensionalen Vektoren, sondern mit Funktionen arbeiten, dann müssen wir das Skalarprodukt zwischen der Kartenbasisfunktion und der Funktion f bilden, um den Karten-Fourier-Koeffizienten von f zu erhalten. Um anzudeuten, dass wir hier mit möglicherweise einem unendlich-dimensionalen Vektor arbeiten, nennen wir diese Operation nicht Skalarprodukt, sondern inneres Produkt und notieren es in der Brackettnotation als Physiker. Schreiben wir erstmal analog wie beim endlich-dimensionalen Fall das innere Produkt aus. Mit dem einzigen Unterschied, dass wir die Komponenten der Funktion als Funktionswerte interpretieren. f , f usw. Auch die Komponenten der Basisfunktion sehen wir als Funktionswerte an. Hier summieren wir bis zur Stelle x gleich x0 plus L, weil Fourier-Reihe im Allgemeinen Funktion nur für eine Funktion in einem endlichen Intervall konstruiert werden kann. Nimm diese Summation aber mathematisch nicht zu ernst, weil wir erstmal nur die Formel für das innere Produkt für Funktionen motivieren wollen. Die Summation über das Funktionsargument können wir mit einem Summenzeichen kompakt notieren. Und hier haben wir ein Problem. Wie soll diese Summation überhaupt für eine Funktion funktionieren? Der Summationsindex x ist im Fall von Funktionen eine kontinuierliche Variable. Das heißt, selbst zwischen den Punkten x0 und x1 gibt es theoretisch unendlich viele andere Funktionswerte, die wir hier einfach ausgelassen haben. Wir können das Problem leicht beseitigen. Weil wir hier mit einer kontinuierlichen Summation zu tun haben, müssen wir das Summenzeichen einfach mit einem Integral ersetzen. Damit wir auch dieses innere Produkt für komplexwertige Funktionen f benutzen können, müssen wir das erste Argument im inneren Produkt, im Integral, komplex konjugieren. Wenn wir es nicht komplex konjugieren würden, wäre dieses Integral im Fall von komplexwertigen Funktionen kein inneres Produkt, weil es die mathematischen Eigenschaften eines inneren Produkts nicht erfüllen würde. Daher vergiss niemals das Sternchen. So, jetzt verstehst du hoffentlich, wie du die Fourier-Koeffizienten bestimmen kannst und wie diese Formel überhaupt zustande kommt. Du musst einfach das innere Produkt der Funktion f mit den Basisfunktionen bilden. Sprich, du musst dieses Integral berechnen. Gehen wir zu den Basisfunktionen über. Welche Basisfunktionen können wir für die Fourier-Reihe benutzen? Alle, die die Eigenschaften einer Basis erfüllen. Damit wir eine Menge von Vektoren oder wie in unserem Fall eine Menge von Funktionen als Basis bezeichnen können, müssen sie zwei Bedingungen erfüllen. Erstens, die Basisfunktionen müssen orthonormal sein, also orthogonal zueinander und normiert. Zweitens, die Menge der Basisfunktionen muss vollständig sein. Anders gesagt, sie müssen den Raum, in dem die Funktionen f leben, aufspannen. Eine typische Basis, die in der Physik benutzt wird, sind die komplexen Exponentialfunktionen 1 durch Wurzel L mal e hoch i k x. Der Faktor 1 durch Wurzel L stellt sicher, dass die Basisfunktionen normiert sind. Für jede verschiedene Wellenzahl k bekommst du einen anderen Basisvektor. Vielleicht hast du eine andere Basis für die Fourier-Reihe gesehen, wie Cosinus und Sinus. Wie gesagt, es steht uns frei, eine Basis zu wählen. Hier wählen wir eben komplexe Exponentialfunktionen als Basis, weil sie vor allem zum Erklären der Fourier-Reihe schön kompakt geschrieben werden können. Die Fourier-Reihe in dieser Basis von Exponentialfunktionen würde dann so aussehen. Schauen wir uns die erste Eigenschaft von Basisfunktionen an, die Orthonormalität. Die Orthonormalität können wir prüfen, indem wir zwei Basisfunktionen nehmen, mit k und k' und das innere Produkt bilden. Damit die beiden Funktionen orthonormal sind, muss ihr inneres Produkt, also dieses Integral, 1 ergeben, wenn k gleich k' ist. Anders gesagt, es ergibt 1, wenn wir das innere Produkt eine Funktion mit sich selbst nehmen. Und das innere Produkt muss 0 ergeben, wenn k ungleich k' ist. Wenn wir also wirklich zwei verschiedene Funktionen nehmen. Die beiden Fälle können wir zu einer Gleichung zusammenfassen, wenn wir ein Chroniker-Delta benutzen. Die zweite Eigenschaft, die die Menge der Funktionen erfüllen muss, damit sie eine Basis ist, ist die Vollständigkeitsrelation. Mit dieser Relation stellen wir sicher, dass wir jede Funktion mithilfe der gewählten Basisfunktionen darstellen können. Wir können gleich zeigen, dass die Menge der Exponentialfunktionen orthonormal und vollständig ist. Jedoch nur unter einer Bedingung. Die Exponentialfunktionen müssen l-periodisch sein, wenn wir eine Funktion im Intervall der Länge l als Fourier-Reihe darstellen wollen. L-periodisch heißt, dass der Wert der Exponentialfunktion am Anfang des Intervalls gleich dem Wert der Exponentialfunktion am Ende des Intervalls ist. Diese periodische Randbedingung hat zur Folge, dass die Wellenzahl k nicht beliebig sein kann, sondern nur die Werte 2pi n durch l annehmen kann, wobei n eine ganze Zahl ist. Der Beweis der Orthonormalität und Vollständigkeit bringt keine großen Erkenntnisse mit sich, daher lasse ich den Beweis aus dem Video weg und du findest ihn in der dazugehörigen Lektion, verlinkt in der Videobeschreibung. Jetzt solltest du ein solides, intuitives Verständnis für eine Fourier-Reihe haben und wie du sie für eine Funktion theoretisch konstruieren kannst. Machen wir mal ein Beispiel, wie wir eine Fourier-Reihe für eine Funktion konkret angeben können. Schauen wir uns eine Sägezahn-Funktion zwischen 0 und 1 an, die stückweise definiert ist als –x im Bereich zwischen 0 und ½ und als 1 –x im Bereich zwischen ½ und 1. Die gesamte Intervalllänge ist l gleich 1. Damit ist der Normierungsfaktor bei den Exponential-Basis-Funktionen auch 1. Sehr schön. Bei der Bestimmung von Fourier-Reihen müssen wir stets zwei Dinge tun. 1. Eine Basis wählen – das haben wir bereits getan – und in die Fourier-Reihe einsetzen. 2. Die Fourier-Koeffizienten ausrechnen und ebenfalls in die Fourier-Reihe einsetzen. Den Karten Fourier-Koeffizienten bestimmst du mit dem inneren Produkt zwischen der Karten-Basis-Funktion und der Sägezahn-Funktion. Anders gesagt, wir müssen dieses Integral berechnen. Da die Sägezahn-Funktion stückweise definiert ist, teilen wir das Integral auf. Im ersten Integral setzen wir –x ein und integrieren zwischen 0 und ½. Im zweiten Integral setzen wir 1 –x ein und integrieren zwischen ½ und 1. Mit partieller Integration oder mit einem Integrationsrechner kannst du die beiden Integrale lösen. Als Ergebnis bekommst du 1 durch ik mal e hoch minus ik halbe. Wie wir wissen, nimmt die Wellenzahl k nur die diskreten Werte 2pi mal n durch l an. In unserem Fall ist l gleich 1. Wenn wir für die Zahl n konkrete Werte einsetzen, bekommen wir die einzelnen gesuchten Fourier-Koeffizienten. Damit haben wir alle Fourier-Koeffizienten für die gewählte Basis bestimmt. Setzen wir nun noch die Fourier-Koeffizienten in die Fourier-Reihe ein und fassen die beiden Exponentialfunktionen zusammen. Wir sind fertig. Das ist die Fourier-Reihe für die Sägezahn-Funktion im betrachteten Einheitsintervall. Mit dieser Fourier-Reihe für die Sägezahn-Funktion haben wir im Grunde zwei Vorteile erhalten. Erstens, wir können die Summation in der Fourier-Reihe bei einem bestimmten n-Wert abbrechen und so eine beliebig gute Näherung für die Sägezahn-Funktion erhalten. Hier siehst du zum Beispiel eine Näherung, bei der wir bis n gleich 1 summiert haben. Noch besser wird die Näherung, wenn wir bis n gleich 20 summieren zum Beispiel. Der zweite Vorteil ist, da wir die Fourier-Koeffizienten bestimmt haben, wissen wir aus welchen Bausteinen die Sägezahn-Funktion zusammengesetzt ist. Dieses Aufdröseln der Funktionen in einzelne Bestandteile wird als Fourier-Analyse bezeichnet. Das schauen wir uns aber in einem anderen Video genau an. In diesem Sinne, möge die Physik mit dir sein. Wir schießen genau an Lektieren hier in der EU, aber in der EU ist leicht wichtig. Untertitelung des ZDF, 2020